Hallo liebe SEO-Fans, schön, dass ihr da seid. Heute geht's um interne Links. Die sind wichtig, um deine NutzerInnen durch die Seite zu führen und um SEO-Relevanz-Signale zu verteilen. Ich habe drei Tipps für dich, um deine interne Link-Struktur zu verbessern. Tipp 1. Verschaff dir einen Überblick. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber du musst zuerst eine Bestandsaufnahme machen. Dafür brauchst du einen Crawler wie den Screaming Frog, um allen internen Links einmal zu folgen. Damit du ein komplettes Bild inklusive Seiten ohne interne Links erhältst, kannst du zusätzlich die Google Search Console API verknüpfen. Jetzt sammelst du Infos rund um deine internen Links, um das Spinnennetz deiner Website besser zu verstehen. Achte besonders auf folgende Punkte. Welche Seiten verlinken welche anderen internen Seiten? Was sind die Link-Ankertexte? Welche Seiten haben besonders viele eingehende interne Links und welche haben wenige oder gar keine? Gibt es veraltete oder kaputte Links, die auf Seiten zeigen, welche gar nicht existieren oder nicht aufrufbar sind? Und wo befinden sich die Links? In der Navigation, im Inhaltsbereich, in der Sidebar, im Footer, hinter Bildern? Und zeigen manche Links vielleicht auf interne Seiten, welche auf eine andere Seite weiterleiten? Mit dem Screaming Frog kannst du all diese Infos sammeln und in verschiedenen Reports ansehen. Außerdem kannst du die Daten in Excel exportieren und dort sortieren und filtern, eine Pivot-Tabelle daraus machen und genau das solltest du einfach mal tun. Und dabei springen dir dann sicher sofort Muster und Auffälligkeiten ins Auge und die schreibst du am besten sofort auf. Ein typisches Beispiel, du findest viele Links von allen Quellseiten, welche auf dieselbe Zielseite zeigen, die nicht existiert. Statuscode 404. Sowas sind Sidewide-Links, die auf jeder Seite vorkommen. Und meist sind sie in der Navigation oder im Footer, manchmal aber auch irgendwo im Code versteckt. Wahrscheinlich hat einfach jemand vergessen, bei einer URL-Änderung den Link im Template hinter dem Navi- oder Footerpunkt anzupassen und auch keine Weiterleitung gesetzt. Tipp 2 Ansatzpunkte priorisieren. Ausgehend von deiner Übersicht kannst du zunächst mal die offensichtlichen Fehler fixen, wenn also zum Beispiel Links ins Leere zeigen. Und kleine, schnelle Anpassungen mit großer Wirkung, wie in meinem Beispiel mit dem falschen Sidewide-Link, den du blitzschnell im Template korrigieren kannst, ja das solltest du auch sofort machen. Darüber hinaus solltest du aber deine relevantesten Seiten in den Mittelpunkt stellen. Schau, dass hier alles passt und dass sie viele interne Links mit präzisen Ankertexten empfangen. Reden wir noch ein bisschen über Ankertexte, denn die sind wirklich wichtig bei der internen Verlinkung. Ein Ankertext kann ruhig einfach das Hauptkeyword der Seite sein. Andersrum sollte der Ankertext definitiv nicht beliebig sein wie zum Produkt, mehr lesen oder hier. Achte außerdem darauf, dass das Keyword vom Ankertext nicht für verschiedene Seiten hergenommen wird. Tipp 3 Weniger ist mehr. Zum Schluss ein wichtiger Tipp, den ich aus vielen SEO-Projekten ziehe. Viel hilft nicht viel. Einige Websites verlinken ihre Unterseiten überall und haben dafür sogenannte Link-Module. Die bauen sie im Seitenverlauf als Zwischenelement oder unten ein. Dort zeigen dann oft 30, 40 Links oder so zu allen möglichen anderen Unterseiten. Das ist Mist und widerspricht den stetigen Google-Empfehlungen, Seiten für NutzerInnen aufzubauen und wirklich niemand mag komische Link-Container. Außerdem verwirrt deine NutzerInnen und lenkt sie vom Wesentlichen ab. Noch schlimmer, es bringt nichts und kann dir auch schaden. Denn internes Verlinken nach dem Gießkannen-Prinzip lässt keine der Zielseiten relevant erscheinen und wertet damit alle Links ab. Also weg damit. Interne Links solltest du nach einer Strategie mit Maß und inhaltlich passend setzen. Wenn du das Thema interne Links spannend findest und noch tiefer in dieses Rabbit Hole eintauchen möchtest, dann habe ich noch ein paar nerdy Schlagworte für dich. Beschäftige dich doch mit dem internen PageRank und Link Juice, dem Reasonable Surfer-Modell angewandt für interne Links und dem Link Siloing. Ein paar Lesetipps dazu habe ich dir auch in die Beschreibung gepackt. Hast du noch Fragen rund um interne Links oder brauchst du Unterstützung im SEO? Dann schreib mir das in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.